Ja, dann hoffen wir mal aufs Beste. Also, da irgendwie durch. Ach, ich krieg meine Wegmarken und Punkte und Gedöns hier schon noch zusammen. Dann macht euch mal keine Sorgen. Und wir schleppen uns hier mit Ach und Krach auf Stufe 9 zu. Oh, da, Skatis Gehöft. Alles klar, das war das hier. Dann, ja, hier mal weiter. Es ist aber auch alles immer sehr verworren und verwinkelt hier in Guild Wars 2, finde ich. Durch Höhlen und über den Berg und unten drunter durch. Und, wartet mal, hier kommen wir, ah, hier kommen wir in die Halle. Da fehlt uns doch auch noch was. Ja, dann gehen wir erst mal hier rein. So, mach mal Pring. Dankeschön. Bären im Senke. Cool. Okay, dann haben wir das hier. Dann können wir da zurück. Ach, ich hoffe, das langweilt euch jetzt nicht. Diese ganze Sucherei hier. Aber es nutzt ja nichts. Wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen an Erfahrung noch rankommen. Und da sehe ich schon die Wegmarke. Das ist super. Und wenn wir Hohlbrack einigermaßen hier fertig haben mit dem ganzen Kram. Da, der Zufluchtsfelsen. Dann gehen wir auch mal wieder kämpfen. Und jetzt will ich noch nach da. Nach da wollen wir auch noch. Wie komme ich denn dahin? Kann ich hier einfach so durch? So, und die Richtung hier? Mal bitte ohne zu sterben vielleicht. Das wäre nett. Das ist aber hier auch ein Riesengebiet hier. Ganz ehrlich. Also so für eine Hauptstadt. Wir sind ja noch in der Hauptstadt. Oh, da. Schwarzschmieds Gehöft. Gut. Mal das. Dann einmal fröhlich umdrehen. Und dann gucken wir noch, dass wir nach da kommen. Ja, das ist doch noch alles Hauptstadtgebiet hier, oder? Also ich meine, das ist schon riesig. Er ist da wild am abbauen. Okay. Müssen wir jetzt hier hoch. Ja, das sieht... Oh, das sieht gut aus. Ihr Lieben, das sieht gut aus. Ja, ja. Und Leo rennt uns alles hinterher ganz tapfer. Der hat bestimmt auch schon keinen Bock mehr hier auf die Rennerei. Aber was soll's. Da muss er jetzt durch. So, ich nehm mal an, ist das hier irgendwie... Jo, Siegfass Gehöft. Haha. Alles klar. Oh, wir haben alle Wegmarken. Uns fehlen noch zwei Sehenswürdigkeiten. Na, die werden wir ja wohl noch kriegen. Wenn wir sie denn hier überhaupt finden auf der Karte. Ach hey. Jetzt geht die Sucherei los. Zwei Sehenswürdigkeiten. Wo könnten die sein? Wer's zuerst sieht, hat irgendwas gewonnen. Ich weiß nur noch nicht was. Ach man. Wo sind denn die? Da. Das eine. Okay, Hütte des Wolfs. Da gehen wir direkt hin. Sonst verliere ich die nämlich wieder. Und zwar aus der Sicht. Äh, so. Da müssten wir hier rein wahrscheinlich. Ja, Wolfschenke. Okay. Perfekt. Ähm, eine noch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo ist die? Wo ist die? Wir müssen sonst nochmal auf der anderen Ebene vielleicht suchen. Oh, ist das gemein. Jetzt fehlt mir hier eine Sehenswürdigkeit. Ähm. Also wir suchen hier so ein viereckiges Ding, das nicht ausgefüllt ist. Oh Gott. Ich seh es nicht. Ach, nee. Ich seh es nicht. Ihr habt's doch bestimmt schon gesehen, oder? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Ich mach mal die andere Ebene vielleicht. Da. Haha. Da ist sie. Dann gehen wir jetzt... Ja. Große Halle. Große Halle. Aber wie ist das jetzt? Auf welcher Ebene ist das Ding denn jetzt? Ja, das ist irgendwie oben. Treppe abwärts. Oberfläche, obere Ebene. Ach du Scheiße. Das raff ich ja jetzt wieder nicht. Ähm. Wir sind auf der falschen Ebene. Das ist nicht gut. Und was heißt das jetzt? Das heißt, die ist nicht hier drin, oder wie? Ich geh trotzdem mal hier in die Richtung, da hinten die Treppe rauf. Vielleicht aktiviert die sich ja dann. Schauen wir mal, äh, hier irgendwo, ne? Na komm, aktivier dich doch einfach mal. Was ist das denn hier? Ein Drachen... Drachen-Piñata? Ach Gott. Komm, wenn ich hier in die Ecke laufe... Ach, du lieber Gott, ich bin hier völlig falsch. Ich bin nicht nach da. Äh... Was ist denn nach hier? Lass mal schauen. Da, in der Mitte? Ach, jetzt springt sie da nicht rüber. Na komm, mal da raus, Fräulein. Wir müssen mal hier... Ja, hier war ein Drachenzahn. Da waren wir ja schon, ne? Da irgendwie. Und dann über uns. Hier irgendwo. Scheiße. Wir kommen... Ja, ja, wir müssen... Die Ebene stimmt nicht. Verdammt. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Die Natur ist wieder her. Und alles hat geschickt. Okay, dann... Ja, nutzt ja nichts. Müssen wir jetzt erst mal hier raus. Also die Sehenswürdigkeit will ich aber jetzt noch haben hier. Dann haben wir es nämlich fertig. Nein, ich möchte jetzt nicht in der Instanz. Ich will mal hier raus. So, jetzt sind wir hier. Hier will ich aber gar nicht hin. Ich möchte... Ja, aber... Hä? 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 Oder muss ich irgendwie... Wir sind unten. Wir müssen nach oben. Sehe ich doch richtig, ne? Entdeckte Sehenswürdigkeit. Wie sollen wir denn da jetzt hinkommen? Da hinten ist auch noch eine Treppe. Da wäre ein Kauffrau. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung. Also von hier macht mir das jetzt irgendwie keinen Sinn. Ich bin jetzt Oberfläche. Und dann haben wir noch eine obere Ebene. Ja, und wir müssen nach oben. Kapiere ich nicht. Ähm. Das kapiere ich nicht. Aber hier hinten war doch auch noch eine Treppe. Aber die ging abwärts. Das verstehe ich auch wieder nicht. Ich verstehe es wieder nicht. Ich verstehe... Nein, ich will nicht die Instanz betreten. Kann man denn hier hinten noch irgendwo raus? Nö, ne? Sind wir da? Hier kann ich nichts machen. Komme ich denn hier irgendwie raus? Ne. Alles zu. Hm. Das ist aber doof. Also von hier drinnen kommen wir da nicht hin. Es kann sich wieder nur um Stunden handeln, ihr Lieben. Aber ich will jetzt diese letzte Sehenswürdigkeit haben. Das haben wir doch alle so schön geschafft. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Äh, wo geht's denn raus? Ah, hier. Da geht's raus. Mein Gott, ihr hättet die Tür aber auch ein bisschen weiter öffnen können. Ähm. Wartet mal. Da geht's doch hoch. Da geht es nach oben. Vielleicht kommen wir ja da irgendwie nach oben. Da, 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 da. Ja, Leo, wir haben's bald. So. Ah. 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 Aha. Äh. Okay. Jetzt müssen wir wieder ganz nach da hinten. Hm. Na gut. Gehen wir mal gucken. Wird da irgendwo durchkommen? Aber das sieht eigentlich auch schon wieder sehr schlecht aus. Hier ist doch schon wieder zu. Ach Mann. So. Warte haben wir denn hier. Ach so, nee. Hier waren wir beim, äh, Handelsposten. Handelsposten auf verflixt. Wie komm ich denn da hinten hin? Versteh ich nicht. Speicher das Reisen denn? Aber die Ebene ist ja jetzt schon mal richtig, ne? Oh Mann, ey. Die Ebene ist schon mal richtig. Und ich bin hier. Wie komm ich denn nach da? Also hier nicht durch. Ach. Doch jetzt renn doch nicht vor das Feuer, bitte. Ähm. Ja. Jetzt bin ich hier. Ich bin sowieso völlig in der falschen Richtung. Also das ist ja ätzend. Wie komm ich denn nach da? Manu. Hm. Ich habe, äh, gerade keine Idee, ihr Lieben. Wie wir nach da kommen. Aber wir waren doch hier hinten schon mal. Irgendwann. Ähm, ja. Okay. Also bitte hier mal, macht mir mal Vorschläge. Ich, äh, schnall's nicht. Ich schnall es nicht. Da ging's nur da hin. Hm. Ja. Sie reden gern über sich selbst. Ja, ja. Bla, bla. Und sie geben noch mehr an. Ich nehme doch mal an, dass das auf der anderen Seite genauso aufgebaut ist, wie auf dieser Seite. Dass wir von da aus auch nicht, ähm, da hinkommen, oder? Oder, wie seht ihr das? Da ist so. Ja. Da ist nur Gildenbank und ich nehme an, Handelsposten. Können hier nochmal lang gehen. Ja, ja, ja. Okay, hier kommt eine Rampe aufwärts. Rampe aufwärts. Ja, das ist die Rampe, ne? Das hilft mir nicht. Ich höre, wir könnten das wie bezwingen. Ja. Tja, hier geht's raus. Da komm ich gar nicht nach da. Ach man, verdammt. Der eine Aussichtspunkt, ey. Der da. Das kann doch nicht wahr sein. Große Halle. Verstehe ich nicht. Na gut, ähm, dann gucken wir doch erstmal, wo müssen wir denn eigentlich für unsere persönliche Quest? Da, den Schleier lüften. Gut, also, äh, dann gehen wir erstmal nach da. Und schauen mal, äh, dass wir in die persönliche Quest hier, äh, dass wir da weiterkommen. Was zeigt der denn hier an? Das ist die Stufe, ne? Stufe 4, ja. Dürfte ja dann, äh, kein Problem sein. Wo ist denn der Kerl? Oder muss ich da rein in den Schleier lüften? Gehen wir hier mal gucken. Kann das sein? Kann das sein? Müssen wir da rein? Und das reizt sich, ihr Lieben. Jo, komm, Baby. Bin ich hier richtig? Äh, äh, ähm. Ach Gott, da hinten müssen wir hin. Ja gut, dann, nö, ne, fröhliches Laufen. Macht ja nix. Wir können's, ja. Als Waldläufer ist man doch ganz gut zu Fuß, glaube ich. So, da geht's lang. Hier um die Kurve. Ach, jetzt dachte ich schon, das Kaninchen fällt uns an. Ich hab eben nur gesehen, wie es rot wurde. Aber, oh, was haben wir denn, äh, was, was, was? Erhaltet die Gestalt der Schneeleopardin von Schamane und jagt dann die Schaufler. Äh? Ja? Haben wir das schon mal gemacht? Ich weiß grad gar nicht mehr. Ich bin völlig verwirrt. Ich bin völlig verwirrt, ihr Lieben. Nee, wir hatten mit dem Schneeleoparden, äh, da die Büsche, äh, gemacht, ne? Gut, wir gehen jetzt erst mal in die Instanz. Oh, Schneeleopard. Okay, da sind wir. Wo, wo? Ach, da oben müssen wir hin. Ja, das wär cool. Ich brauch auch ganz dringend Laufier. Ich hab nämlich keinen Plan. Vor allen Dingen, weil ich gern die Sehenswürdigkeit hätte. Havrun Sveena, da ist sie. Was hast du denn zu sagen, meine Liebe?